Schamanische Aura-Reinigung durch Wachs gießen. Das Wachs holt alle Belastungen, die in deiner Aura sitzen. Egal was für Wäsche das sind, das sind Fremdenergien, das können auch Entitäten, Wesenheiten sein und so weiter. Egal was das ist, das wird mit dem Wachs rausgeholt. Erste positive Eigenschaft von dem Wachs. Zweite positive Eigenschaft ist, ich bekomme, durch diese Wachssitzung bekomme ich einen Überblick über dein Energiesystem. Ich kann dir sagen, ob da irgendwelche Körperstellen und Organe belastet sind. Ich kann dir sagen, ob da Trauma oder irgendwelche starke Blockierungen bei dir sitzen. Ab es da Fremdeingriffe, Fremdeinwirkungen, Besetzungen auf dich gibt. Schwarzmagische Angriffe. Diese Information ist wertvoll.